Ich hab hier so'n Typ gefunden. Der konnte leider nicht viel. Hat ihn wenigstens mal schön entfallen lassen. Eine große Manaflasche. Langweilig, Joni. Langweilig. Der ist ja so dummer. Haben wir uns jetzt etwa aufgeteilt? Ich glaube ja. Das gibt's doch gar nicht. Dann komm doch mal wieder zu mir. Wo bist du denn? Ja, hier oder nicht? Ich komm mal in meine Richtung. Wo bist du denn? Ach da. Hier so viel Einzelgeber, die mich nicht wirklich anreifen. Oh shit, hier ist zu. Fuck. Komm mal nicht zueinander durch. Nee. Schade. Oh, ich hab' ne Goldene gefunden. Einen Seelenesser. Ja. Ich hab' auch schon ein, zwei Goldene gefunden. Die haben mir nur leider nichts fallen lassen, die Schwanzlutscher. So, hier ist einiges los. Ja. Das ist mehr nach meinem Geschmack. Ich stirb' nicht. Oh, hier steht mir nicht so flat rum. Oh, hier steht mir nicht so flat rum. Ja. Ja. Der kann man jeweils nicht. Wenn die aber auch irgendwie irgendwo hinführt. Ja. Ich muss jede Menge Kits geschehen lassen. echt? Ja. Moment nicht. Ich sehe überhaupt nicht, wo die alle sind. Wo sind die? Der Stein, den ich jetzt so nett bin. Das ist nicht gut. Da ist wohl eigentlich sehr viel Charter. Ja, gut. Vielleicht, äh, musst du denn jetzt erst halt hochleveln, ne? Naja, klar. Ja. Hier ist eine Portal Scroll. Niemand will eine Portal Scroll. Dann nehme ich die Portal Scroll. Hier ist eine Door und dahinter ist irgendwas. Hier? Ach, jetzt bist du schon wieder in eine andere Richtung gerannt. Sorry, hier sind halt überall Türen. Ja. Wieso? Ah. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Was sind Gegner? Oh, wo kommen die denn her? Was ist denn das? Da ist ein Loch im Boden. Ja, hier sind halt überall Türen. Das ist das Schwierbe. Das ist das Schwierbe. Ja. Ich weiß gar nicht, wo man überall durchgehen soll. Ich weiß gar nicht, wo man überall durchgehen soll. Okay, hier ist schon mal Ende. Hier ist nix. Nix. Na joch, zei Dank. Hier ist... Oh, nix. Wieviel müssen wir denn hier von dieser blöden antiken Pyramide bitte schön untersuchen? Äh, da ist noch eine Tür, die wir noch nicht hatten. Hier, sorry, warte. Ah. Hier ist noch ein Gegner. Da. Hier ist noch ein Gegner. Da. Ist leer. Fuck you hard! Nächste Tür. Leer. Ganz leer. Oh. Ja, die nächste ist auch... Hier ist was hinter. Wo steht denn denn die Blöden? Fire Arrow Civer. Fire Arrow Civer. Fire Arrow Civer. Fire Arrow Civer. Na ja. Hier geht's... Weiter runter? Weiter runter, würde ich behaupten. Oder ne, hoch. Erstmal hier lang? Hier geht es hoch. Ja, hier ist ne Tür. Ja, die geht... Hier ist nichts hinter. Okay. Gegenüber die Tür? Dann geht's. Ah ja. Ein Orb of Transmitation. Das wäre cool, wenn es für die Gegenstände eine Möglichkeit gäbe, gezielt das so zu verändern. Weißt du das meine? Nicht so ganz, was meinst du? Na ja, wenn du jetzt irgendwie neue Farben oder so reinmachen willst, dann ist das alles immer von zufällig abhängig. Und zwar für jede einzelne. Also wenn du zwei Dinger drauf hast und die Farben änderst, hast du zufällige Veränderung von drei Farben. Das ist halt schon ziemlich nervig. Ja. Wenn man halt entweder, wenn es schon eine zufällige ist, jede einzelne zufällig verändern könnte oder halt... Was meinst du mit jeder einzelne zufällig? Jaja, jede Farbe einzeln. Jeden Sockel einzeln. Achso. Wenn drei Sockel drauf sind, dass du auch drei machen kannst. Sagen kannst, ich möchte jetzt den Sockel zufällig verändern. Ja. Ja, das wäre besser, das stimmt. Die sind auch cool, ne? Hier wär was? Ja, hier diese Totenköpfe, diese schwebende. Schwebende Totenköpfe? Ja, da musst du gleich mal mit dem Gegner da sein gucken. Achso, bei dir oder? Bei mir, ja. Ich glaube, wir haben hier alles, oder? Jo, sieht so aus. Also ich hab jetzt die Ecke unten links nicht, wo du warst, aber ich denke mal... Da ist nix. Da war gar nix. Da ist ja nix mehr. Ah, Treppe benutzen. Wie hoch diese Pyramide wohl geht? Uh, ist das spannend. Alter, ich kann diese Treppe nicht benutzen. So, geht doch. Mir ein Wolf geklickt. Hast du mit deinen Beinen geklickt, oder was? Ja, Mann! Lass mich. Weißt du, was ein Wolf ist? Ein Tier. Ich meine, der Wolf, den man sich... Läuft. In aller Regel läuft, ja. Das ist so diese... ...raue Haut. Dieses, wenn du dir so... Wenn du schützt... So eine ekelhafte, gescheuerte Haut sich nicht rein. Diese Totenköpfe. Wie, keine Totenköpfe. Hier siehst du, die ganzen grünen Totenköpfe. Hier siehst du, die ganzen grünen Totenköpfe. Da, die ganzen... Da, ganz viele. Da, zack. Ah! Da ist doch nicht grün. Nein, die sind natürlich rot, aber... Die haben schon irgendwie was. Ich muss auch mal ein bisschen Distanz-Schaden machen. Area-Schaden musst du mal dir besorgen. Ich bin ja eigentlich kein Area-Typ, weißt du? Ich bin ja eigentlich eher der Typ für... Fürs Grobe. Fürs Grobe. Ja, für tanken, Alter. Zack! Natürlich gleichzeitig killen. Ja, das kann man wieder. Ich bin schon relativ. Da ist ein Iron-Grip gefallen. Ja, Projekt-Ziel-Support. Ja, nimm's. Du brauchst nicht. Ja, ich mach wirklich. So, schon wieder aufgeschrieben. Nein! Das kann gar nicht sein! Level eine Million, oder was? Äh, 28 bin ich jetzt. Ich muss da mal eben leveln, warte. So, was wollte ich, hatte ich gesagt? Achso, ich hatte gesagt, ich wollte hier, ähm... was soll ich nicht mehr rein? Oder das? Oder das? Auch lustig. Eine Tür aufmachen und dann den Raum vollpumpen. Mit Blitzen. Ja, da gehen noch ein paar mehr Tönen lang. Warte ich mal. Komm ich mal zurück? Komm ich mal zurück? Boah, die Auswahl fällt natürlich so schwer, ne? Ja, weil es auch immer mehr wird. Die Frage ist, gibt's ein Oberlevel? Keine Ahnung, ich lege jetzt mal auf Leben. Erstmal. Ich gehe dann hier durch und dann gehe ich mal da hin. Irgendwie so. Sorry, wir haben uns vorher noch Bistum liegen lassen. Alter, du bist ja schon wieder furchtbar vorgerusht. Nein, nein, nein. Da oben ist alles fertig? Was? Nö. Ich bin nur bis hier gewesen. Mein Gott. Da hab ich auch noch nicht alles gemacht. Mit Zeit gelassen. Na, komm mal, so ein bisschen den Area Schaden macht's ja schon. Ist ja keiner mehr. Und jetzt noch ein Portal Scroll. Ja, ja, das ist schon... A kind of area damage. Kann man hier durch, ja. Da hinten ist für mich noch eine Tür. Si, 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 si. Wenn man das jetzt mal tut, oder? Ja, ja, hier ist... So, ha со senatorat. Sind die Rad? từngottmorgens. Ich bin überall los. Ich rufe das es gefällt. Nein! Ich mache die Rad... Ich sage, ich mache dir... hier ist doch nix ist ja egal hier ist doch nix aber macht das spaß hier ist doch nix zack alle gleichzeitig das ist toll knaller knaller wusch wahnsinn so eine Eiswelle alter ist das ja Hammer ich schwör ich schwör ich weiß gar nicht wo ich mit meiner Geilheit gerade hin soll Prozent das ist wieder was grünes gefallen Flickers Zweig die Teleport zu können gar nicht viel von ihnen sicherlich zu machen Prozent unbegrenzt um so ein Schott wird man schon wir müssen auch ganz von ihm im Prinzip bis zu 50 Klinik mit der Hände Schäden mit den Fingern ja das geht trotzdem Ich bin ziemlich schneller. Also 10 oder 11 schaffe ich, weil ich nicht schneller zauber. Achso. Da musst du schneller zaubern. Ja, da bin ich ja gar nicht dabei, meinen Attack-Speed hochzusetzen. Oh, ist schon leer. Weil plötzlich tauchen superviele Dinger auf, so Lebensbalken. Ja, ist voll geil. Fuck, wie viele Kompanions hat der? Naja, nicht so viele. Naja, 12 Stück. Mehr als du. Ja, aber meine Leben länger. Aber meine kosten nix. Wir sind so schnell wie du bist vorher. So schnell kannst du deine Länge nicht beschweren. Äh... Und? Wir sind schon immer noch am Leben. Ja, meine auch. Ich hab immer konstant 12. Was willst du? Ja. 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 Schon witzig, hä? Achtung. Ja. Ich weiß nicht. Das ist schön.